Hey, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder eure Steffi und ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer 20-minütigen Klangmeditation, die ich für euch vorbereitet habe, um euch in einem Moment der Ruhe und Entspannung zu begleiten. Also sucht euch einen angenehmen Platz, an dem ihr euch zurücklehnen könnt, zur Ruhe findet und den Klängenlauschen mögt. Wie immer beginnen wir die Meditation mit dem höchsten Ton und auch mit dem höchsten Ton werden wir die Meditation beenden. Vielleicht möchtest du dir noch eine Decke dazu nehmen, um es dir ein bisschen gemütlicher und wärmer zu gestalten. Lehn dich zurück und schließe die Augen. Um erstmal an deinem Platz anzukommen, nimm erstmal ein paar tiefe Atemzüge. Durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund wieder aus. Durch die Nase tiefe Einatmung. Füll deine Lungen mit frischer Luft und neuer Energie. Und tiefe Ausatmung. Lass alles los, was dich zurückhält. Lass alles los, was dich zurückgeholt. Und dann nimm einmal wahr, wie du dich jetzt gerade im Augenblick fühlst. Wie fühlt sich dein Körper an und wie fließt die Qualität deiner Gedanken? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Dann nimm dir den Moment und scanne mal deinen gesamten Körper, wie du wirklich alles losgelöst und entspannt hast. Und dann nimm deine Schultern entspannt. Und fallen ganz entspannt nach hinten und unten. Sind deine Hände gelöst und liegen locker neben deinem Körper? Oder vielleicht auch auf deinem Bauch? Sind deine Gesichtszüge entspannt? Und auch der Punkt zwischen deinen Augenbrauen? Und dann nimm dir den Moment. Und dann nimm nochmal einen näherenden, tiefen Atemzug, um ganz in der Entspannung anzukommen. Und dann nimm dir den Moment. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020